So, willkommen zurück zu Projektkurs Azzurro Coast mit 29 Fahrzeugen, 30 Fahrzeugen auf 12 Meilen, mit extreme Wetterverhältnisse. Man könnte hier ein paar Rangeleien geben, ohne Ende. Wiss ich nämlich schon. Hier musst du geil versuchen ganz nach vorne zu kommen, sonst hast du hier keine Chance. Weil bei 30% Gegnerstärke, die haben ein Mordstempel drauf, ey. Und mit Komplettschaden, also das heißt, wenn ich irgendwo jeden Donner, ist vorbei. Auf jeden Fall auch eine sehr komplizierte Strecke hier, die Summer. Also die ist nicht ohne hier. Ja, lässt er mich vorbei. Oh, das war ja knapp, ey. Der hat mich fast mitgenommen. So, 25% der Strecke haben wir hinter uns. So, den haben wir auch. Wollah. Keine Bremshilfe, keine Lenkhilfe, keine Idealien, gar nichts. Na, jetzt kommt hier langsam der Nebel. Da wird die Scheiße geil noch schwerer. So, 35% der Strecke haben wir hinter uns. Ja, wie gesagt, ist alles sehr, sehr eng hier, ja. Also, viel Überholmöglichkeiten hast du hier nicht, weil das Alit hier sehr, sehr eng ist. Also, Kopf an Kopf rennen hier. Der geile Sound im Tunnel hier. Und wenn der Boden hier erst mal nass ist, wenn es hier erst mal regnet, dann ist es vorbei. Und mit Lenkrad und Gaspedal ist er süß so immer, hundertfach schwerer, als wenn du mit dem Controller spielst oder halt mit der Satura. Weil hier brauchst du nur einen Fehler machen und das wart. Und wenn du die Scheiße hier noch in der Nacht fahren willst, mit Regen. Nacht, Regen, Nebel, viel Spaß. Weil dann hast du keinen Einfluss mehr, ja. Oh, eben gerade abgehoben, ey. Wer ist da? Ich muss da alles mit bedenken, ey. Oh, scheiße. Oh, der hat einen Schaden, ey, vorne, scheiße. Ich glaube, irgendwas ist erbrochen, äh, vorne, rechts. Ich glaube, irgendwas ist erbrochen, äh, vorne, rechts. Also fast ein Komplett-Schaden schon vorne. Na, jetzt hast du keine Chance mehr, richtig zu fahren, ey. Oh, jetzt musst du ja nur noch gegenlenken, ey. Oh, Mann. Der ist richtig kaputt, ey. Oh, Mann. Da hast du ja keine Chance mehr, wenn da irgendwas hinaussteht, ey. Das muss ich natürlich alle vorbeilassen, weil wir jetzt noch machen. Ah. So, das meine ich nämlich, ey, sobald du irgendwo gegenknallst, hast du keine Chance mehr. Und so sollte es auch sein, ey, soll ja realistisch sein, ey. Ich lasse die mal vorbei. Na, komm, fahrt mal vorbei. Na, das ist ja scheiße, ne, wenn's der Arsch ist. Kannst auch kein Gas mehr geben, ey, oder? Kannst du alles vergessen. Da ist irgendwas kaputt, ey, veräße. Weil du musst nur noch gegenlenken, ey. Extreme Vorsicht. Langsamer Wagen. Na, ey, das... Hast du keine Chance. Auf keinen Fall. Äh. Weil wenn du Vollgas gibst, ey, dann... ...fällt die ganze Kiste auseinander. Na gut, würd' ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Haut da rein. Musik 4 5